Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Siegron, das hört man selten. Die Anführerin der Walküren. Wir haben ein Volk zu erziehen! Ihr habt ein geheimes Archiv gefunden. Ein Lebensborn-Archiv? Machst du ein Vize-Vote bitte? Ich pflege die Leiterin vom Wienerwald. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen das Projekt Lebensborn was sagt. Es war so, dass die SS damals Entbindungsheime für ledige Mütter eingerichtet hat. Das Wienerwald war in Feichtenbach bei Pernitz. Dort bin ich geboren. Vermutlich hat sie ja deine Akte noch bei sich, oder? Bald wissen wir, was für Erbgut in ihren Adeln fließt. Gib jetzt nicht auf. Sie können hier Bedeutenderes finden als die Vergangenheit. Ich werde sie leiden. Unsere Lichtseelen sind mit Feuer getauft. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal an. р